Wir haben gerade mal! So, jetzt will er nicht mehr in die großen Fahrerlinie. Jetzt wird sein Vorsicht einer Fahrer gesagt. Bei der Samenstelle reich. Es ist so süß. Jetzt noch vergisst irgendwas wieder mit der Kamera. So, die Atmung heute immer schön in die große Balken. Alles klar, lasst es uns tun hier. Packen wir es an, legen wir links. So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen am Ort. Ich fühle mich, dass ihr euch alle so zahlen habt, weil ich hier fast appelt habe. Alles klar. So, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, ready for Teddy. Schrauben wir mal was zu lassen auf den Kasten. Schrauben wir mal was zu sehen. Untertitelung von Sternen. Zhui is bereit,ام Foto und Ömer. Schrauben wir mal was zu machen. Schrauben wir mal was zu machen. Schrauben wir mal was zu machen. Ich behäuse dir! Schrauben wir mal was zu machen, und wir Jonas sagen, das ist ein gordurnal. Was ist jetzt los hier? Jetzt, aber hier! Ja, hier ist das immer gute Heimkose und hier ist der Lauf dabei! Schmitsch! Schmitsch! Nein! Nein! Roten! Ja! 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 Meine liebe Freunde, der Gute, der Schlechtkontakt, wie schaut's aus? Wollt ihr nochmal? Ja! Ja! Schmeiß für den Land, auf meine Kölner! Vor der Kölner! Wuhu! Ja, 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 ja. Heeeey! Fick die Bitch! Weiter Überschlag hier! Die machen gar keinen! Die machen gar keinen! Nochmal! Pause! Was ist mit dir passiert? Hat gekonnt! Lächeln! Jetzt! Lächeln! Leute, die ich heute rausdehst, und schließlich denken, dass es dir Spaß macht! Ganz ehrlich! Wollt ihr doch? Natürlich! Leute, dass ihr laut habt, ich hab nichts gehört! Wollt ihr doch? Wollt ihr nicht gleich so! Swimmen nicht, als wenn ihr ein Werkling außen kommt! Reist von den Laden auf! Wuh! Alles klar! Baby! Wuhu! Yeah! Wuhu! 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 Oh, vier! Vier! Fünf! Wuhu! 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 Wie schaut es denn aus, wo ich könnte? Damit hat sich gerade die zweite Frage erledigt. Komm da, schlau mal, schlau mal, schlau mal. Schlau mal, schlau mal, schlau mal, schlau mal, schlau mal. Hey! What? Das war Nummer 7! 7! Ah! Wie viele haben wir denn? 7,8! Wir schalten zu uns! Ach, die haben immer noch fallen. Doch, die haben ja schon die Zeit schon welche. Ja! Pass auf beim Aussteigen, die Gonne geht nach hinten, ne? Ja! Vorsichtig! So, wir setzen wieder zur Lallung an. Vorsicht, der Fahrer bitte! Ihr habt es geschafft, ihr habt es gepackt hier! Ja! Ja! So, jetzt sind wir fertig, ein Fahrer, alles klar, schau gut aus! Sicher ziehen wir wieder nach oben!